hallo leute es geht weiter mit kapitel 1 episode 3 der pate mal gucken was uns da bevorsteht ich bin ja ich dachte die kann man schon spielen gleich mal lissab oder so kann man spielen okay ah ich weiß glaube ich warum wegen falken auge da kommt nämlich auch in dem ich bin ja hier vor acht also ist schon ich werde piratenkönig 苦労を倒したルフィたちはカヤの計らいで海賊船goeing merri go を手に入れた 勇敢な海の選手を目指すウソックも加わり 麦わらの海賊旗を掲げて意気揚々と執行する 次にルフィたちが訪れたのは海上レストランバラティエ 偶然の事故で店を壊してしまったルフィはバラティエのオーナー兼料理長ゼフに1年間の雑用を命じられてしまう ゼフの正体はかつてコックにして海賊船の船長を務め 凄まじい蹴り技から赤足のゼフと恐れられた男だった そのゼフの下で副料理長を務めるサンジもまたゼフ譲りの蹴り技を使い 料理を粗末にする者は海兵でも容赦しないが 空腹の者には海賊でも食事を与えるという風変わりな若者であった そんなサンジを気に入ったルフィは雑用をしながら仲間になるよう誘い続けるが サンジは堅くなに拒否するそんな折レストランに1人の海賊が現れる イーストブルー最強の海賊艦隊を率いる男ドンクリークである イーストランだ すまん 水と水をもらえねえか 金ならある いくらでもある それらよ飯だ すまん いーストランだ この船をもらう 守り抜くぞ この船は俺たちのレストランだ 何だ 何が起きた ドンクリーク 温泉は切られました キラレタ キラレタ キラレタだと? そんな 馬鹿な話があるか まさか 俺が 死に 死へ 死してみる 引い 蜂を上げ おー ファン 한다 Mehawk 気を表っしゃ ведь 蜂ydd angelehnt. Das ist geil. So, direkt mit Kampf beginnen. Haben wir hier. Ah, 100. Boah, die Musik ist geil. Ja, die 5 Tonnen. Das 5 Tonnen Ding. Cool. Ah, da wurde er aber noch nicht erfunden. Nein, ich hatte den noch gar nicht. Und zack. Ein bisschen Molotow. Ey. Wohin? Voll ins Wasser. Boah, der kann eigentlich gar nichts. Also, ich kann nämlich gar nicht mit dem umgehen. Der Lissab. So, wohin müssen wir denn jetzt? Ich gehe dann weg und ich schütze das Barati. Achso. Einfach machen, was ich gerade gemacht habe. Okay. Ja. Bisschen Molotow, oder wie? Hey, an den kann ich mich gar nicht erinnern, an dem. Pigattenkapitän. Ja. Aber das waren noch schwache Gegner, Dom Quack. Also, es ist einer, der hat noch keinen Teufelzucht und sonstiges nix. Einfach nur in die beschissene Rüstung, damit er sich aufpusht. Was ist denn da los? Warte. Oh. Keine Verstärkung. Cool. Wohin müssen wir. Ich bin angeflogen. Da. Ich bin angeflogen. Da. Ich bin angeflogen. Ah, Lissab ist... äh, San... Dingens... äh, bbbb. Ah, Waffe ist da, ich will bisschen... Oh, shit. Ja, ich will nicht mehr Quack, ich glaube, ich habe zu viel Quack genommen. Wo lang? Ich müssen... Ah. Hier ist einer. Hey, Koch, Hilfe mal kurz aus. Der Trophäe bekommt. Der Trophäe bekommt. Der Trophäe bekommt. Der Trophäe bekommt. Ah, okay, der ist auch weg. Jetzt ist der da. Das ist einfach eine Scherbe. Was soll das sein? Wenn du schnüppelst, schnüppelst du mir die Nase ab. Und zwar etwas langes, genau wie die Nase auch. Und deshalb... Boah, wie schnell ist denn der, Alter? Naja, der haut ja immer ab. Der geht mir aber irgendwie mehr um den Sack. Hier ist hier, hier ist hier. Oh, Mission erfolgreich. Wir sind aber schnell, wa? Der Quick ist wieder aufgetaucht. Wo ist der Sevilla? Hachio, Inge. Tatoeこんな毒gasdaube zu katten, oder? Ne, ne, to, masuido! Ich ko... Ne, ja, schon. Äh, wohin? Oh, Mihock spricht. Aua, Alter. Wie viel sind denn hier? Ich komme irgendwie nicht mit dem Dingens klar. Mach schon was falsch. Er ist schon seitlich zuverlässiger Freund. Ah, da steht auch die volle. Der, ne? Ah, jetzt verstehe ich. Spezial! Ah, toll! Äh, wohin? Boah, von so weit kann ich echt nichts erkennen Ah, die müssen irgendwie zu dunquack Okay Ein bisschen motivierter, bitte Ah, hier geht's auch rüber Wahrscheinlich muss ich hier das freischalten, damit ich da reinkommen kann Oh, nee, was ist jetzt los? Ach, die Nami Na ja, Nami, Nami, Nami Dann nehme ich das ja Ich bin fast tot Das sehe ich jetzt erst Wohin? Ich glaube, ich wurde die ganze Zeit von der Bombe Alter Das ist hier keine Karte Ich glaube, ich glaube, irgendetwas Ey, scheiße Ja, aber Fuck, ist ja alles zu Da Wie geht die Karte hier auf? Was macht der? Oh, Mann Das war eine Pose oder so Oh, eine Karte, ey Leck mich doch am Arsch Nein, Luffy, halt durch Was ist denn das? Oh, Mann Jetzt habe ich euch mal die Karte Wie habe ich die ausgescheitelt? Ach, komm, ich habe keine Karte mehr Game over Ich hatte keine Karte mehr Das war voll mega unfair Ey, das war Ich muss mich mal ein bisschen näher dran setzen Weil ich glaube Das wird nix mit Ich ziehe fast den Hekato-Stecker Ich glaube, ich habe Ey Das ist nix für mich Ich bleib bei Wuffy So kitzig weiter Kann man jetzt überspringen? Ach, komm, ey Ich will jetzt überspringen Alter, muss ich mir das antun? Achso, okay Ah, so geht das So, besiege dann noch ein Quack Wofür in dieser Blablabla So, dann gucken wir mal Luffy-Semprei Erstmal muss ich die Bauer-T Beschützen Ich bin Achso, jetzt checke ich das erst, da sind es mehrere Stufen. Ich muss da alle voll haben, glaube ich. Das ist jetzt bei der zweiten. Oh, die Hand ist weg. Oh, die Hand ist weg. Oh, die Hand ist weg. Ich muss das Leben aufnehmen. Oh, das ist weg. Ich werde das hier nicht weg. Oh, das ist weg. Ich bin 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 weg. Oh, da ist Santa hier. So. Kann ich mal hier durch? Ah, ja. Durch. Die Szene. Okay, ma auch schon. So. Bisschen fixer jetzt mal machen. Guck mal, hier sind zwei Spiele. Zwei. Aua, 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 aua. Mein erster Treffer. Jupp. Jupp. Blinker. Zwei. Bisschen fixer. Zwei. 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 Was war das denn? Du brauchst das gar nicht zu machen Da gehst du zogen Ich treffe den kaum So Kann man den auch Der will gegen wen kämpfen? Was ist denn da? Was ist denn da? Ich weiß Ich wollte doch Hä? Verdammt Ich bleib mich so Ah Sanji So Mission erfolgreich So Jetzt kommt diese Schose Jetzt kommt diese Schose Man, hier ist teilweise alles abgeschlossen Ah, der hat den Schlüsse wartet Den möchte ich besiegen Ich werde mich auch Du siehst genauso aus wie alle anderen Die Torwache hier Die Torwache ist weg Du siehst du siehst Du siehst du siehst Ha, gut Das ist Ich das jetzt einletze Da ist die Torwache weg Und wir Ah Was jetzt? Achso Die Schose Okay, mal Entschuldigung Was Was Geht's Die Star Vorab Bam Flucht versucht Basis eng angenommen Huh